ORF-Moderator Roman Raffreider sorgt am Dienstag für den TV-Eklat des Jahres. Der 52-Jährige hat offensichtlich angeheitert oder betrunken oder unter Einfluss von Beruhigungstabletten den Zip-Flash gegen 22 Uhr moderiert. Ganze 400.000 Zuseher verfolgen die Sendung live und bleiben ratlos zurück. Die Zip-Nacht, die Raffreider ebenfalls hätte moderieren sollen, muss um über eine halbe Stunde verschoben werden. Martin Thür springt kurzfristig ein. Was anfangs das Internet amüsiert, hat aber einen ernsten Hintergrund. Wie OE24 aus dem Umfeld des Moderators erfährt, liegt Raffreiders Vater auf der Intensivstation. Sein Zustand soll sehr schlecht sein. Zuvor haben die Vorarlberger Nachrichten berichtet, dass ein Familienmitglied gestorben sei. Zitat, es hat nichts mit meinem Vater zu tun, aber ja, ich wäre gestern auf Sendung fast kollabiert. Es gibt einen Todesfall und das habe ich vor der Sendung erfahren, wird der 52-Jährige zitiert. Raffreider selbst dementiert aber, dass dieses Zitat so gefallen sein soll. Raffreiders Karriere beim ORF ist nun aber wohl beendet. Roman Raffreider heißt es vom ORF, werde umgehend suspendiert. Das ist das Mittwochs-Statement aus dem ORF. Außerdem werden der Fall und dienstrechtliche Konsequenzen von der Personalabteilung geprüft. Raffreider entschuldigt sich, wird aber bis zur Erklärung nicht mehr moderieren, heißt es auf Österreich Nachfrage. Er will jetzt freiwillig seine ORF-Karriere beenden. Raffreider